Hallo, das ist die Runde von John Titor Doch ich hab keinen Bock Seinen Gegner zu dissen Ich will einfach nur am Rande erwähnen Ich hab den geilsten Kopf Hallo, das ist die Runde von John Titor Doch ich hab keinen Bock Seinen Gegner zu dissen Ich will einfach nur am Rande erwähnen Ich hab den geilsten Kopf Johnny Dixon früher als krasser Vipper bezeichnet Heute wird der allerhöchstens in der Klapse gezeichnet Von J.B. zum TNM ist halt schon das Steigerung Das ist nicht Johnny Dixon, dein Gegner, ja? Dein Gegner ist Drew Modi Du, fesche Wand, bekommst 10 Punkte für die beste Landschaft 4 Sterne und fliegst in der Vorrunde Börtschen Mannschaft, meine Runde ist geil Da kann man mit dem Kopf nicken Aber dein Name klingt ein schlechter Softwing Bisher Buaks Vorbild, hat er mir mal verraten Nennst ihm das Sexen, kann er dann nicht allzu viel erwarten Sagst in Aquali, du kommst um meinen Schädel zu zerschlagen Krass, du schießt musst du dafür dann halt noch ihre Blumenvase Musst du auch aber Geld für Stummasken verbrassen? Die Gangster-Schiene glaubt niemand Du werd erwachsen Mutterficker willst du müde und deinem Fetisch anvertrauen Echte Gangster stehen halt auf alte fette Frauen Hallo, das ist die Runde von John Taito Doch ich hab keinen Bock Seinen Gegner zu dissen Ich will einfach nur am Rande erwähnen Ich hab den geilsten Kopf Hallo, das ist die Runde von John Taito Doch ich hab keinen Bock Seinen Gegner zu dissen Ich will einfach nur am Rande erwähnen Ich hab die geilsten Kopf Mach deinen Nubau, Weezer, holst du deinen Leichenträger Denn mit der Runde kassierst du in Bars wie Kneipenschläger So als Wepper will man doch die Runde ja noch selber machen Sehen die Info und denkt, was hast du dir nicht helfen lassen? Battles und Mischen, Kameras und Videos Selbst performen muss für dich noch Johnny Dixon Ein aufgesetztes Gangster-Image ist deine Parole Kopierst du wieder, bei anderen brauchst du höchstens Patronen Klaut's Bies aus Weezer Runde, dass er da nicht einschreit Für's bestimmt noch seine Halbfinale-Runde einreicht Nur am Kopieren sag nicht, dass du das hier nicht bewusst bist Die Kehle so großart passiert aus Schwanz, den du gelutscht hast Vier Sterne, meine Erwartungen, ja die waren rigoros Hab dich dann gegoogelt und fand Fortnite-Videos Ende aus, bist du mit dem 64. umgangen Aber keine Sorge, kannst mir dort ja einen Weg machen